heftig leute und damit willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal wir werden heute uns gameplay zur double pump anschauen extrem geiler stuff dabei ich habe ja gestern gestern vor zwei drei tagen schon ein reaction video hochgeladen zum thema pump sniper ein bisschen vor der double pump konnten die sniper ungefähr auf 150 200 meter snipen oder 100 meter sagen immer so link dazu ist auf jeden fall unten das müsst ihr unbedingt noch mal sehen und heute schauen wir uns die besten double pump kombinationen an natürlich nicht nur pump pump sondern auch heavy pump heavy pump ihr seht es da gerade war damals komplett op und habe ich damals komplett gefeiert müsse am start sich schnell noch den easy win gesneakt was man auch nicht konnte leute man konnte nicht gegen bäume bauen ihr seht es gerade also wenn man gegen den oder wenn man an den baum bauen wollte war es halt rot und man konnte nicht weiter bauen das hat mir zum glück gefixt dadurch gab es einige fails ihr seht es gerade double heavy pump war damals komplett op man gönnt euch das mal oh mate oh mate oh mate oh mate digga double heavy pump war so heftig wie meins digga oh digga wir haben da oben wieder anarchy leute wieder test wer feiert anarchy wer hat damals schon gezockt einmal hashtag anarchy in die kommentare ihr wisst bescheid digga beat ist auch am start let's go ninja und das war auch so geil dass man gesehen hat wie man aufredetiert hat ich weiß nicht warum er es geändert hat epic games sagt mir mal warum er es geändert hat okay ninja am start oh bruder oder ist es ist so stark guckt euch seine reaktion an es ist so stark auf die distanz hunderte headshots damit haben dabei habe ich kann war so op leute glaubt es mir glaubt es mir egal die waren auch kranker spieler den kennen die meisten von euch auch die kennen die meiste oh mein gott und king richard wer bist du denn welt schöner snipe digga double heavy pump einfach komplett andere welt einfach eine andere welt wispy cleaner edit für damalige verhältnisse leute wenn euch übrigens diese reaktion videos gefallen wo ich euch einfach mal ein paar alte sachen zeige und so weiter und so fort dann lasst auf jeden fall gerne meinen like da bei 500 likes leute bei 500 likes wollte ich auf jeden fall 10 euro verlosen ich denke da geht auf jeden fall noch ein bisschen mehr aufgrund des creator codes creator code könnt ihr gerne eintragen ist unten verlinkt wie der heißt oder ihr nehmt irgendeinen anderen creator rein ist egal leute hauptsache bei 500 likes 10 euro ihr wisst bescheid wollte ich nur zwischendurch erwähnt haben und guckt euch das an wie schnell konnte man schießen das war so geil leute wer zu der zeit schon gezockt hat schreibt einfach mal das ist ganz einfach Hashtag pump in die kommentare wer zur double-pump zeit schon gezockt Hashtag pump in die kommentare Den kenne ich noch gar nicht den streeper wie heißt der genau Targa tv Oh der Ben ist anders los Ach der hat zieht sich gerade ein Bendy Oh digga diese double pump Diese double heavy pump Andere leben digga Ganz andere zeit war das eine ganz andere zeit Da waren die meisten von euch noch gar nicht geboren Kappa Kippo Kepo digga Okay Ninja renegade raider renegade raider kommt jetzt zurück aber nicht die ursprüngliche form das wisst ihr alle sondern nur die Neue form vom renegade raider die jetzt die schon haben den renegade raider besitzen Ach das wort ist auch schwierig auszusprechen grüß an wiki renegade raider Oh shit Oh ninja Irgendwann leute ich streame natürlich auch jeden tag Checkt gerne meine streams auf twitch ab und jetzt ist gerade die musik weg da muss ich mal ein bisschen ruhiger werden hier Okay miss Gibt hier ganz böse hits Uff Oh Oh nice Leute Alter King Richard Wieder double heavy pump Es ist komplett op Leute ich hab alte Gameplays von mir auch noch Wo ich die double heavy pump benutze oder auch die double pump Vielleicht kann ich darauf ja auch noch mal reagieren Aber ich finde auf diese videos hier immer zu reagieren macht am meisten spaß mir persönlich mega viel spaß wenn es euch spaß Acht Leute lasst gerne mal ein like da schreibt mir einen kommentar was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt oder auf was für spieler soll ich vielleicht auch mal auf euch reagieren wenn ihr geile clips habt oder geile videos habt Dann schreibt einfach mal in die kommentare wenn ich das machen soll leute ansonsten sind diese clips einfach der wahnsinn digger Alter das war jetzt schon zu season 3 Schön Schön ist Ich weiß gar nicht wann genau weiß das jemand wann genau war der tag leute Als die heavy pump als der double pump natürlich entfernt worden ist wo wurde die double pump entfernt leute Schreibt mal in die kommentare wenn ihr das wisst wer es herausgefunden hat ich gebe dir hundertprozentig ein herz und antwortet auf deinen kommentar zu tausend prozent wenn ihr wisst an welchen tag Das würde ich gerne mal wissen ansonsten ich recherchiere es auch mal fürs nächste video ihr wisst bescheid leute checkt auf jeden fall gerne das nächste video ab Deswegen Glocke gerne anmachen Alter Digga Digga es ist so nice anzusehen hier die Hase es ist so nice anzusehen wirklich Oh ich zeige ein building skill Dschungeljägerin Wie heißt der skin genau ich weiß es gar nicht genau euch mal verschenkt Ich hoffe dass die Geschenkfunktion bald wieder zurück kommt Epic Games please ich will die Geschenkfunktion zurück haben Er geht einfach mit double heavy pump durch man Bruder GG Wait Okay Ninja am start Elf kills Letzter fight hier Oh Ninja man gute alte Ninja guckt euch sein Sein background an ich finde sein setting so Ist am geilsten sollten wir am geilsten Erinnerung finde ich oder By the way zu dem Zeitpunkt hat er 218.000 subscriber auf Twitch Leute wir sind gerade mal bei 200 was auch schon viel ist Bruder was ist das haben wir den Clip nicht schon gehabt Haben wir den Clip nicht schon gehabt Was das für ein Damage mate das kann Das ist zu viel Damage auf die Distanz glaubt es mir Nächster Clip von Ninja komm den gönnen wir uns noch Wie bitte Kann ich euch nochmal wiederholen Kann ich euch nochmal wiederholen hier Granatwerfer am Start Zu easy für den Boy Gib ihm ne Competition Wie lost die Gegner teilweise echt glücklich waren Diese Kombi Was 6 50er Headshot auf die Distanz Das war zu OP Das war zu OP Guck mal und Gegner baut sich so hoch Und denkt er sei richtig der Pro Ja Bruder Leute ich muss eine Sache sagen What do you mean What do you mean Leute mit diesem Bild hier von Ninja Können wir eigentlich das Video beenden Leute wir machen auch keine 10 Minuten hier voll Absolut geisteskrank Wenn euch das gefallen hat Wenn ich das öfters machen soll Dann lasst gerne ein Like da Bei 500 Likes verlose ich 10 Euro In den Kommentaren Ähm Einfach beim nächsten Video eher gesagt Verlose ich dann 10 Euro Wenn wir die 500 Likes hier klacken Ansonsten Leute ich stream jeden Tag auch auf Twitch Link ist unten Schreibt mir in die Kommentare Was ihr als nächstes sehen wollt Hashtag Pump in die Kommentare Und auch das Datum in die Kommentare Wann die Pump Beziehungsweise die Double Pump Rausgenommen worden ist Von Epic Games Ich bin da gespannt ob das jemand von euch herausfindet Ansonsten mache ich das für das nächste Video Leute das war es hier mit dem Video Ähm Bis dahin Euer Wo Leute Bis dann Haut rein Tschüss